Servus Leute, willkommen zu einem neuen YouTube Vlog. Wir sind heute mit ein paar Leuten auf einer schönen Enduro-Tour und bleibt auf jeden Fall dran, es gibt noch was zu gewinnen, denn der neue Online-Shop von mir ist online und von daher gibt es jetzt ein paar coole Aufnahmen auf dem Trail und dann noch das Gewinnspiel, also dranbleiben. Ich würde es gerne mehr machen, wir werden hier mit einem neuen Video einlegen, also diese Und wenn wir die diese Räfte ver Cruciflagen haben, dann müssen wir die Räste nehmen. Ich würde es gerne EU-ECE imeren VZ. Soll ich sie gerne schon mal? Jo! Jo! Yo! Woah! Geil! Ja! 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 Ah! Mein Arm! Geil! Ja stimmt! Wie schnell warst du denn? Geht! Du warst eins hinter mir! Ich hab mich einfach fast abgelegt, sah schon richtig gut aus! Ah! Knapp aus! Oh! Grip! Grip! Ich brauch Grip! Warte! Seid ihr den gefahren letztes Mal? Nein! Der ist einer der besten finde ich! Ich hab mich aber auch auf die Fresse gelegt! Und das Tool verloren! Nein, das war woanders! Let's go! Yeah! Ja! 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 Geil! Warum ist denn so viel Gras an deinem Rad? Das war ein Schilderwunnen, ey, die... Alter! Oh Junge! Ja, ist eigentlich ganz geil. Übersteuert. Aber wenn du es kannst, dann fährst du den Fakie weiter. Genau. Ja. Oh! Phew! Sorry! Da geht es weiter, wo der Baum ist. Ja, genau. Da ist eigentlich so ein schöner Sprung, den konntest du eigentlich ganz gut rüberspringen. Leichte Mini-Landung. Komplett weg. Haha! Okay. Nice! Stoppen! Wow! Haha! Sie haben aber voll weggehauen! Hä? Waaah! Janek! Hat er mich mitgenommen? alter Alter, es verlässt mich die Kraft Das ist ein Douro One, Alter BOOM Mann, stehst du im Licht, du bist ja ein wahrer Sonnenschein BAM, mega Was hast du mit meinem Rad gemacht? Du bist an der Pedale hängen geblieben und hast mich komplett rumgezogen Ich musste mich komplett aufrappeln, dass ich wieder aufs Rad konnte Du standst ja heute noch auf der Bahn Ich habe gerade pedaliert und bin mit meinem Schuh an der Reine hängen geblieben Hab ich gemerkt, so Wie geht das Hinterrad rum? So Leute, das war's mit dem Video Hier von diesem schönen Endurotrail Zusammen mit dem Jannik, dem Tobi und dem Niko Der ist jetzt eigentlich schon heimgefahren Und wie am Anfang angekündigt, gibt es jetzt zum Schluss natürlich eine Verlosung Und zwar ist jetzt mein Onlineshop online gegangen Dank der ich zusammen mit einem Kumpel gestartet habe Und wenn ihr eins von drei T-Shirts gewinnen wollt Dann schaut bei Instagram an meinem Kanal vorbei Dort könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen Da stehen alle Bedingungen drin Also schreibt auf jeden Fall rein Würde mich freuen Besucht den Onlineshop, den haue ich hier nochmal in die Beschreibung rein Also schaut vorbei Und dann sehen wir uns im nächsten Video Ciao Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal.